Können wir das jetzt nicht einfach gewinnen? Nein! Hä? Ich habe gecrashed. Ja, das ist scheiße. Ich habe gerade auf Play gedrückt. Und dann gekackt er ab. Ja. Drück mal hier auf Play. Vielleicht crasht hier der ganze Server. Dann müsste ich erst wieder mein Musik-Bot für den Server fertig machen. Heimatdinger auf... Heimatdinger mit T of the Goddess? Natürlich. Natürlich. Wir haben ja voll ab hier, oh mein Gott. Oh mein Goooood. Oh mein Goooood. Oh mein Goooood. Oh mein Goooood. Ja, da sind so Stacheln drin. Guck mal da. Heimatdinger 5-3-seeking. Oh mein Goooood. Wir haben voll ab hier die Tannen. Richtig krass. Und Weiger. Oops. Oh mein Goooood. Oh mein Goooood. Oh mein Goooood. Sie sind voll die geile Cage-Dingens. Die benutzen die Mana? Aber mega! Die meinen vier Stewards. Ja, dann schmeißt die da hin. Aber skill die Raketen hoch, ne? Ja, die Raketen skill ich immer hoch. Mein E skill ich einmal. Erst die Raketen hoch, dann den Coup. Wer hat denn Raketen? Einmal Dinger? Die Raketen. Zu nah, ey, du Vollidiot! Der... Das ist grad Max-Range, grad hat ich mein hier. Ein Zentimeter... Ein Zentimeter, nicht mal ein Millimeter. Oh mein Gott. GG, ey. Oh mein Gott. Richtig GG. Ja. Er ist aber immer noch gemutet. Was benutzt denn Raketen? Benutzt auch meine Raketen. Benutzt auch meine Raketen. Benutzt auch meine Raketen. Geh ein bisschen näher ran. Die haben eine Range bis dahin. Von da wo du stehst. Ja, so. Das ist gut. Benutzt auch meine Raketen. oh mein gott habe ich doch gerade benutzt aber die gingen auf minions weil die minions zu nah dran standen sehr gut die benutzen echt ihre kassen ganzen skills drei schon 2? 3 wäre ja Luxus. Ach, schade. Wuhu! Das kostet doch so wenig. Das kostet 105 Mana. So ne scheiß Raketenkacke. Und? Da fährst du die Tränen im Mana-Reck und dein Dorans Ring. Viel zu teuer, alter. Schal. Der Dodge. Ich habe nur einen auf Level 1. Fuck off. Puh. Mit den 10% Spell Vamp ist das schon geil ey. Ich überleb' vor lange. Oh my god. Alter, wo kommt denn schon her? Jo. Nee, Akali. Ich bin Level 6. Ich bin Level 6. Ich bin Level 6. Ich bin Level 7. Ich bin Level 8. Ich bin Level 7. Jetzt fahr mal rein mit den Raketen. Du hättest mir Heimerdinger geben sollen. Übertreib's nicht, du bist mit den komischen Raketen, das kann man nicht die ganze Zeit so machen. Doch! Nein! Hat auch Cooldown. Nein! Eben nicht! Eben doch! Eben nicht! Oh! Oh, ich fühle Killed da. Ja, ich habe das gemacht. Wir müssen die Karte alle gestorben Ja Ja Okay Oh my god Oh my god Schade Ich bin nicht in die Range Kauft euch doch Potz, ey Ich bin nicht in die Range 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 Die haben auch nur fucking AP-Huchen, so einen CC-Chance. Wie viel Glück kann man haben, wirklich nur AP zu ziehen. Also ich abfuck Dinger. Wie viel Glück kann man, wirklich nur AP-Huchen, so einen CC-Chance. Ja, was machen wir jetzt? Keine Ahnung Hämmerdinger, poken Poke schon zu wenig Wenn das nicht klappt, weil die mich zurückpoken und ich bin dann tot Oder sowas zum Beispiel kommt Hesitation is the seed of defeat You have slayed the enemy You have been slain Killing spring Ja, wir brauchen ein Tank Magic ist es Kauft mir noch ein Banshee hinterher Wie die kaputten drauf stürzen Die kaputten Wie die kaputten Die kaputten Die kaputten Die kaputten Okay. oh mein Gott ja, er stand ja am Rand seines Käfigs das war schon scheiße, ja oh mein Gott ja, renn durch, alle durch da ist noch ein Stachel, renn durch das war schon . 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Kein Mana mehr, komm. Oh lol. Kein Mana mehr. Könntest du die Minion Wind jetzt ein bisschen herholen hier so? Nicht mit deinem Kackturm da? Okay. 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 Heftig. Nice. War eigentlich ein guter Trade. Das ist unglaublich für Schaden die einfach raushauen. Okay. Oh mein Gott. Okay. 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 Wir sind beim. Hier kannst du einen Bulwark kaufen jetzt. Also einen Aldon Solari, bisschen Magic Resist, bringt das überhaupt Magic Resist noch für uns alle? Das bringt euch Magic Resist. Also doch. Wahnsinn für euch. Echt? Aber Null ist ja auch ordentlich. Ja. Mir bringt's nur Rüstung und Wehen. Das ist auch immer so Pipifax-Fleute. Waaah. 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 Ja. Murphy ist. Wir kennen den LeBron gut. Und der random ist Keridon flexibel hier, ey. Vielen Dank. Oh mein Gott! Wir haben nur mit einer Crew und einer Ultima getroffen! Loll! Er läuft in die Karten rein! Oh mein Gott! Mit einem so'n Scheiß-Ultimate von Dingens weg! Von wen? Ne, nicht mehr Ultimate, sondern mit der W von Weiger! Beide Targets weg! Wie? Ja, der W von Weiger! Ist doch die Falle oder nicht? Das ist, nein, der W von Weiger ist, äh, ist der Stern, also dieser Meteorit da! Der geht auf Tower? Nein, der hat meine Tower weggemacht! Ach so, der ist doch klar! Der ist eine Meteorit, das ist aber so fucking behindert! Ich dachte, der geht auf die Dingens! All in, komm! Los! Oh, ich bin tot! Ich kann nicht mal flashen, so lange dauert der Scheißstamm, Alter! Ich weiß nicht, wie ich ein Ei-K Individ till Cer�� auf allem autres Ja, kommt! Sie müssen denn vậyool implementiert! Tppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp Better blame the skin, ey. Let's miss Merlin, oh my god, god, ey. Let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Mike, das Schild nicht vergessen, ne? Es nervt nämlich, dass du die ganze Zeit die aktivierbaren Items vergisst. Bastard. Was? Hässlicher, was ist das? Oha! Nein! Nein! Mein Ding ist auf Cooldown! Tänk doch weiter! Tänk doch weiter! Ja, ich glaube, mit der Leblanc hättet ihr noch einen Tower mitgenommen. Bis zum Tod. Ja, ihr müsst eh sterben, sonst geht einkaufen und dann zurück. Ey! Mike! 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 Mike, auf den Tower! Auf den Tower! Tower ist wichtiger! Ja! Tänk doch mal! 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 Ja und schon ist Zat ausgeschaltet. Bin tot! Hast du kein Spellvamp oder so? Geil! das trug ja, das könnte mann Go! 1 1 2 1 1 2 3 2